Hallo, ich bin Harley. Ich werde heute ein paar Tests mit dir durchführen, um dein Ziffermügens prüfen. Wir beginnen auch direkt mit dem ersten Test. Hierfür schaust du bitte einmal geradeaus auf meine Nasenspitze. Und ich werde nun entweder links oder rechts eine bestimmte Anzahl von Fingern hochhalten. Ich hätte gerne, dass du mir sagst, wie viele Finger du siehst. Okay? Gut. Right. Correct. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Okay. Jetzt schließe bitte einmal das linke Auge und schaue nur mit dem rechten Auge geradeaus. Wie viele Finger siehst du? Und auf welcher Seite? Richtig. Gut. Mhm. Sehr gut. Richtig. Mhm. Mhm. Okay. Nun bitte einmal das rechte Auge schließen. Und das gleiche Spiel nochmal nur mit dem linken Auge. Korrekt. Mhm. Richtig. Mhm. 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 Okay. Sehr gut. Du kannst jetzt beide Augen wieder öffnen. Okay. Okay. Nun hätte ich gerne, dass du auf meinen Finger schaust und diesen mit beiden Augen folgst. Bereit? Okay. Okay. Du machst das sehr, sehr gut. Sehr konzentriert. Okay. Okay. Und dann kannst du den Kopf terugauen. und dem Finger nur mit dem rechten Auge folgen. Bereit? Okay. Perfekt. Jetzt bitte dem Finger mit dem linken Auge folgen, das rechte Auge schließen. Und wir beginnen. Sehr, sehr gut. So, du kannst das Auge nun wieder öffnen. So, bei diesem Test hätte ich gerne, dass du noch einmal geradeaus auf meine Nasenspitze schaust. Ich halte dann meine Finger hoch und ich werde jeweils einen bewegen. Und ich hätte gerne, dass du mir sagst, welchen. Rechts oder links. Okay. Gut. Bitte nur auf meine Nasenspitze schauen. Korrekt. Ja. Sehr gut. Ja. Korrekt. Gut. Mhm. Ja. Okay. Gut. Ja. Sehr gut. Gut. Nun bitte wieder das linke Auge schließen. Und dasselbe nochmal, nur mit dem rechten Auge. Ja. Ja. Korrekt. Ja. 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 Sehr gut. Okay. Ja. Jetzt das andere Auge. Bereit. Ja. Sehr gut. Okay. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Korrekt. Ja. Korrekt. Das lief bis jetzt wirklich einwandfrei. Okay. Nun würde ich gerne noch den Lichttest mit dir machen. Hierfür schaust du bitte wieder geradeaus mit beiden Augen, während ich deine Augen mit einem Licht anstrahle und sie mir genauer anschaue. Okay. Bitte auf meine Nasenspitze schauen. Okay. Das sieht wirklich sehr, sehr gut bei dir aus. Bis jetzt haben wir keine Auffälligkeiten gefunden. Sehr, sehr schön. Du hast da auch eine wirklich tolle Augenfarbe. So, jetzt bitte einmal nach links schauen. Mit beiden Augen nach links schauen. Ja, wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt von dir erwartet hätte, dass du mit einem Auge nach links und mit einem nach rechts schaust, nicht wahr? Nein, nein. Solche Experimente machen wir hier nicht. Bitte weiter nach links schauen. Nicht geradeaus, nur nach links. Okay. Jetzt nach rechts schauen. Okay. Jetzt nach rechts schauen. Ja, mit beiden Augen. Ja. Gut. 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 Gut Ja, perfekt. Also soweit ich das beurteilen kann, ist bei dir alles im grünen Bereich. Keine Auffälligkeiten. Solltest du irgendwelche Probleme mit den Augen haben in Zukunft, kannst du gerne immer wieder reinkommen. Wir machen dann nochmal einen Test. Oder zwei, oder drei. Untertitelung des ZDF, 2020